Die Geister, die ich rief, es ging schon wieder schief, denn ich sah die Welt wieder negativ. Was habe ich getan? Was war das für ein Schmarrn? Ich habe meinem Gewissen Scheiße angetan. So viel kämpft vor gar nichts, das ist mir nur ein Weg. Wozu brauche ich diesen Dreck? Ich brauche viel Befrieden, Leute, die mich nicht stören, da muss ich mir keine Scheiße mehr anhören. Die Geister, die ich rief, es ging schon wieder schief, die Zukunft war für mich nicht mehr positiv. In diesem Leben geht gerne was daneben, aber ich möchte mir auch was Schönes erstreben. Jetzt habe ich das Bass Solo dran. Danach geht es so weiter. So viel Geld vor gar nichts, das ist mir nur ein Weg. Wozu brauche ich diesen Dreck? Ich brauche viel mehr Frieden, Unabhängigkeit. Unabhängigkeit. Dann erwartet mich, und es geht eine schöne Zeit. Ja, leider wollte ich zu viel. Und als ich dachte, ich bräuchte diese und dies, verfehlte ich das Ziel. Ganz ehrlich? So fehlt mir der Spaß. Dachte ich, sei glücklich mit mehr. Doch so fehlt es mir an Raum. In Ruhe ließ mich mein schlechtes Gewissen kaum. Ich ärgerte mich sehr. War so dumm, war ich so dumm, zockte ich da um meiner Kohle herum. Mach das bitte niemals nach. Das ist doch gefährlich. Und gibt auch krach. Die Geister, die ich rief, es ging schon wieder schief. Wir nicht dauernd im Kreis lieben. Geister, die ich gerufen habe, wollen auch noch eine Zugabe. Aber, das sollen sie wissen, jetzt können sie sich verpissen.